Wenn das Anpassungsmenü des Gesundheitsverwalters nicht offen ist, öffne es mit L1 und der Quadrat-Taste. Wenn du über die Regler und Schaltflächen des Menüs fährst, springen Anschlüsse aus der Seite. Sie funktionieren wie die Anschlüsse an der Außenseite des Geräts, es gibt allerdings viel mehr davon. Wie du vielleicht bemerkt hast, ist ein weiteres Gerät an die Seite des Blocks gestempelt. Das ist eine Anzahlanzeige. Wenn wir ein Kabel von der Aktuelle Gesundheit Ausgabe am Eingabeanschluss anbringen, sehen wir die Gesundheit des Blocks im Spielmodus Abnehmen. Machen wir das doch! Fahre über den Ausgabeanschluss des Aktuelle Gesundheit Reglers. Drücke R2 oder X, um ein Kabel zu erstellen und es zur Anzahlanzeige zu ziehen. Sobald du es mit R2 oder X an den Eingang angeschlossen hast, kannst du in den Spielmodus wechseln und die Szene bis dahin ausprobieren. Sobald Conny auf der nächsten Plattform ist, wechsel in den Bearbeitungsmodus und mach mit dem nächsten Schritt weiter. Kiste R2 oder X places Kiste R2 oder X- zwischen Alexandria Kiste R2 eine große Rolle, 사�ません hosp zalativity. Anniang, kiste an der Iingang sagen,